In der neuen Staffel Let's Dance folgt ein Ausfall auf den nächsten. Zahlreiche Promis und ProfitänzerInnen mussten in der diesjährigen Staffel bereits pausieren. Anfang der Woche wurde bekannt, dass die Kandidatinnen Caroline Bosbach und Lili Zuzan Wittgenstein positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Sie können in Folge 3 also nicht dabei sein. Nun die nächste Hiobsbotschaft. Auch GZSZ-Star Timur Oecker hat es erwischt und muss coronabedingt ebenfalls aussetzen. Fans der beliebten Tanzshow fragen sich nun, ob die dritte Folge am kommenden Freitag überhaupt stattfinden kann. Laut RTL wird Folge 3 jedoch wie gewohnt stattfinden. Gleich in der ersten Show konnte Juror Joachim Lambi nicht dabei sein, weil auch er sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Darauf folgte eine ganze Reihe positiver Tests. Schauspieler Hadi Krüger Jr. musste seine Teilnahme an der Tanzshow wegen Corona und einer Bronchitis sogar komplett beenden. games. Bis zum nächsten Mal.